Das ist keine Wurst. Oh mein Gott. What? Best of 9? So, Drug Selling ist schon okay. HALT DIE Fresse! Was hat sie gesagt? Drug Selling? Drug, Drogen, Selling, verkaufen. Hä? Aber, aber, aber was Fußball angeht bist du sehr wisch dabei. Was macht ihr da? Digga, willst du mich verarschen oder was? Chat weg bitte, Chat gönnt doch mal, das wird auf YouTube hochgeladen, die Leute wollen das vielleicht auch sehen. Ihr könnt ja mal in YouTube Kommentaren da lassen, ob wir zukünftig die Chats da rausnehmen sollen oder da lassen sollen. Ja, so. Stern des Südens Ich bin so, ich finde die bei FC Bayern so unsympathisch, die Mannschaft. Ich finde sie einfach so extrem unsympathisch. Ich würde, glaube ich, meinen Vater retten natürlich. Boah, was? Du würdest deinen Vater einblasen? Ja. Du würdest deinen Dad einblasen, Alter? Boah, du weißt, oder was? Aber du würdest deine Mutter einen Arsch ficken. Das Fahrzeug ist gerät. Und After the long game Diese Scheiße. Mir ist gerade eingefallen, ich habe die noch hier im Auto. Ich habe damit noch nichts gemacht. Ich habe vier Stück davon. Ich habe sie extra mitgenommen. Was können wir damit machen? Warte mal, Bruder. Ich habe heute gegen Islam eins gegen eins gemacht. Der arme Chat, oh Allah. Ich habe ihn so heftig fertig gemacht. Aber er war dann traurig. Und dann habe ich ihn oben noch ein paar Sachen eingestellt. Dann habe ich ihn aufgemotert. Ich bin am Start, Alter. In Los Santos. Bitte gib mir einen Kuss. Kannst du das so machen? Oh shit, Mann. Oh mein Gott. Digga, das passiert auch nur Noobs. Was? Oh shit, Mann. Ja, Mann. Du hast keine Ahnung von Fußball. Nur weil ich Bayern unsympathisch finde. Ich küsse dein Herz. Bayern ist für mich absolut die unsympathischste Mannschaft, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ich feiere es einfach nicht. Absolut nicht. Ich mag keinen Fußball so gerne. Aber wenn, dann sage ich, Dortmund stabil. Dortmund hat Sympathie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen den Farben. Vielleicht wegen dem Klima. Ich feiere einfach dieses Bayern-Klima nicht so. Absolut überhaupt nicht. Weil für mich sind die Bayern-Fans meistens, die strahlen immer so eine Hochmütigkeit aus. So eine, so eine, hier den hier. Ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich falsch. Vielleicht bin ich falsch. Aber das hier, das hier. Wenn ich an Bayern denke, denke ich danach. Daran immer. Nase oben. Und das, das ist das, was mich stört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Das ist so heftig. Hey, alle, alle, alle behalten die Ruhe jetzt. Hey. Behalte die Ruhe. So, warte. Wo hat er die Scheiße denn her? Du hast sie übertrieben. Ich guck auf die Alter. Fuck, sie ist S7. Ah, falsch. Oh, du machst mich horny. Die Situation vor mir zeigt den Panger. So, Leute. Äh, Forza ist fertig runtergeladen. Ich muss halt mit meinem Maid abspritzen. Abspritzen, was? Abspritzen, ja. Das ist so respektlos. Und ich kann mich nicht so sagen, du fickst mich in den Arsch. Ich bin gay, Bro. Das ist so respektlos. Das ist so respektlos. Es ist so respektlos. Es ist so respektlos. Es ist so respektlos. Ich kann auch von 1 bis 10, wie sehr denkst du, vergisst du mir auf die Eier? Ich will deine Eier im Mund nehmen. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Bruder, ich sage zu ihm, er sagt zu mir, ich muss sowieso, ich habe Dienstag was zu erledigen. Ich sage, wohin? Er sagt, ja, nach Köln. Ich sage, was machst du da? Er sagt, ja, Revi hat mich eingeladen zu so einem Tinder-Show oder sowas. Ich habe es gelassen. Ich habe gesagt, okay. Ich habe keine Hoffnung mehr an diesen Jungen. Aleykumsalam. Hast du schon mal in deinem Leben gekriegt? Was? Was? Aleykumsalam. Was? Nein. Kira, hast du Bock auf Rückbank? Nein, natürlich nicht. Ey! Redet einfach mit Kira. Auf schnell. Nein, natürlich nicht. Let's go! Lass mich jetzt mal versuchen hochzulehen. Uff, sorry, sorry. Hast du schon mal? Hast du mir gerade auf den Schwanz geguckt? Nein. Boah, das ist mir echt zart. Guck dir das an, Säger. Guck mal, Hami. Und da meinte der... Da meinte der Vater so... Der Teufel! Oh, du Hundesohn. Au, scheiße, das war uns versehen. Mach zu, mach zu, mach zu. Das war so widerwärtig. Oh mein Gott! Oder was für Geräusche? Warte, warte, warte... 1,000 Euro Spende! Ah! Oh mein Gott! Digga, die denken auch, ich hab keine Eier. Oh, als wenn ich Angst aus einem 3-jährigen Baby hab. Komm her! Geh nicht hoch! Ah, das ist die Kie. Das war ja keine Angst, war ein Schrecker. Ah! Was mach ich jetzt? Ich... Wurde stabilisiert. Rollen mit G. Das ist jeder von so verarscht. Digga, dieser Junge. Bitte. Wallah, das sieht einfach aus, als ob er jetzt so eine Cappy anhat, Chad. Das sieht aus, als ob er diese Cappy von Peaky Blinders anhat. Was ist denn? So, was ist denn? Das war schweißig. Hahaha! Hahaha! Fahrrad, ey! Hahaha! Ah! 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 Du musstest doch einmal gespürt haben, damit du mitschminkst! Ja! Aber wacht man wirklich so auf, wenn man nass gespritzt wird? Das geht viel zu schnell! Das geht viel zu schnell! Ja? Ich hab... Mir ist das noch nie passiert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ah! Ah! Du musstest doch einmal gespürt haben, damit du mitspielen kannst, oder nicht? Ja, okay, dann mach nochmal. Ja, warum? Dann kannst du einfach so die ganze Zeit machen. Das ist mir... Ich sag euch ehrlich, wie es ist, Chad. Das ist mir noch nie mit einem DX Racer passiert. Das ist mir bis jetzt nur mit Nobel-Chat passiert. Und es ist mir genau zwei Mal passiert, was er hier gemacht hat. Äh, was machen sie hier? Ja, ich wollte schon mal sagen. Mein Schwanz. Wie können sie gerne lutschen? Warte mal, Digga. War das Hugo? Hier, ich ticke das alles, das ganze Spiel auch, du Bastardier! Hahaha! Das Beste ist einfach sein T-Shirt bei dieser Ausraste. Sein T-Shirt steht einfach voll süß, aber... Hahahaha! Hahahaha! Voll süß, aber... Hahahaha! Was machst du? Äh... Nichts. Hast grad gewichst? Ja... Ja, mach weiter, ich bleib dran. Ich bin fertig. Wie, schon fertig. Ich bin fertig. Kannst du mich nächstes Mal anrufen dann? Äh, ich wichse? Ja... Ja... Gib dir fünf Schick-Nuggets, wenn du mich willst! Hm, ich hab schon geredet. Tut mir leid. Was ist das für eine Kamera? Die zwei Herrschaften dahinten wahrscheinlich länger brauchen. VW ist in Rohrads Videochat einmal Liebe für VW dalassen. VW, du hast es geschafft. Ja... Keine Ahnung. Mit den vier Jungs. AAAAAAAAHHHHH! Das ist die erste Dreihe. Das ist die erste Dreihe. Das ist die erste Dreihe. Hahahaha! Echt? Was trinkt er da? Okay, wechsel mal. Boah! Was? Was? Äh... Boah! 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 Ne, ne, ja! 15. Februar 2023! Hahahaha! Oh! Oh! Boah! Hey, wann war das denn Boxen? Boah! Uuuh! Ui, das Gelbe, Digger! Ihhh! Schluck runter! Boah! Sag ehrlich denn, worauf hast du heute noch Bock? Ey! Yo! Was geht ab, man? Verdammte Scheiße! Lange nichts von dir gehört, du fascistener Bastard! Ich hab gestern erst deine Mutter gefickt, du ...sohn! Äh... E72! Fibus hat mir ne Memo geschickt. Ey, ich war grad am Bahnhof und da haben mich halt äh ... Menschen erkannt. Ich hab mein Getränk in der Hand. Er wollte ein Foto machen. Und dann musste ich lachen. Und dann ist mir das Getränk umgefallen. Und alles in meinen Helm hinein. Und jetzt fahr ich wieder weg. Denn das hier alles ist Dreck. In dem Sinne sage ich einfach wieder schon, Reingau, Ciao, Bye, Bye, Vor, Bye. Ja! Jetzt geh ich aber wirklich! ... ... ... ... gut gutes video coole abgang aber ja ich weiß so wie bitcoin wisst er macht immer gute so abgänge so kind of thing ja okay wie gesagt lasst mir bitte wissen unter den kommentaren ob ihr das nächste mal den chat aus oder anhaben wollt weil kann ja sein dass euch gar nicht interessiert was die leute bei twitch schreiben twitch sagt mal tschüss der eine sagt hallo youtube ich küsse dein herz mein bruder jani wenn du dafür eigentlich nicht ein timeout verdient hast